ARD Text im Auftrag von Funk Andi! Andi! Hau mal ab! Nimm mal dein Kind draus! Ihr braucht das Geld wieder! Gib's mir einfach schnell, dann vergessen wir das! Ich hab dein Scheißgeld! Ich geh mir mal nicht auf die Eier! Spieß du! Ich brauch es aber! Ey, Mann, bist du behindert? Ich hab's nicht! Guck mal, da ist dein Kind! Nimm mal dein Kind und kümmere dich! Ich geb dir das Geld wieder, noch nicht jetzt! Hey! Aber Mike! Aber Mike! Dann f*** doch mit dem Pellert, dann hält er schon sein Maul! Sucka, bl***! Du gibst, bl***! Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wo hast du gesagt? Wo hast du gesagt? Wo hast du Geld? Nein! Geh den! Geh den! Geh den! Geh den! Geh den! Ey! Halt mir den Bus an, Mann! Ich brauch dich! Ich brauch dich! Und ich brauch jemanden, der für was bieten kann an dich! Kann ich! Mike kauft ihr Klamotten, Spielsachen, alles! Kann ich! Was? Sie hat jetzt schon alles, was sie will! Warte mal! Ich lass mich nicht mehr alles kaputt machen! Ich will, dass du viel nicht mehr siehst! Dann. Tja! Ich kann eigentlich was! Wir machen! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Papa ist da. Beeil dich mal jetzt! Zahl endlich deine Miete oder du fliegst hier raus! Penner! Spinnst du mal? Komm mit jetzt! Na, was macht ihr denn hier? Hallo, mein Schatz! Ich muss sich daran erinnern, dass du Kinder hast. Aber heute Nacht geht auf gar keinen Fall, ja? Kannst du das nächste Mal noch später kommen? Hey! Komm, hau ab, ich brauch dich hier nicht. Ich brauch den Job, Mann! Dann holst du sie heute Abend wieder, ja? So hole ich sie heute Abend wieder. Ich hab drei Kinder, eins davon ist deins. Ich brauch die Kuhne. Geht ihr in den Geburt? Er hat eine Frau verdröscht. Er hat mich nicht verdröscht. Halt den fucking Musa, Mann! Ich brauch dich. Und ich brauch jemanden, der viel was bieten kann an dich. Wenn ich genauso viel Kohle hätte wie der Typ, kommst du dann zu? Klar. Ich hab das Geld bald. Ich mach mein Boxkampel. Ronny und Nicky, eigentlich haben sie gar keine Freunde. Die Freude! Ich will, dass du viel nicht mehr assiste. Kommst nicht einfach weg. Ich bin ihr Vater. Ich hab Angst, Papa. Theo kommt nicht wieder, weil er jetzt einen anderen Papa hat. Stimmt. Ich bin dein Papa.